Da ich jetzt wusste, wo die V2-Produktionsstätte war, glaubte ich fast am Ziel zu sein. Ich musste es nur hineinschaffen, die drei restlichen Ziele eliminieren, den Ort in die Luft jagen und nach Hause gehen. Ganz einfach. Da gibt es ein Problem bei V2, da sind so viele Wachen drin. So, ich mach mich auch mal zu den Tormen hoch. Boah. So. Hoffentlich ist das Rauschen jetzt weg von euch. Boah, das war so knapp, ey. So, da unten ist einer. Oder? So, das gibt einen eleganten Kopfschuss. So, da unten am Tor, an so einem kleinen Wachtor seh ich einen. So. Boom. So, jetzt müssen wir mal mit dem Fernglas schauen. Was blöd dabei ist, wenn ich es Fernglas benutze, sehen mich die Gegner. So, hier sehe ich keinen mehr. Nee. Piefold, der hat nämlich ein richtig scharf Schützengewehr. Es gibt ein Snipergewehr. Da sind sieben Schuss drin und jeder Kugel, was du abfeuerst, ladet es durch. So ist so eine Automatikwaffe, ja, ne? So. Hier testen sie die Raketenstart. So, das siegt mich nicht. Das ist gut. So, da war eben einer. Trotzdem haben wir den noch erwischt. Überprüft die Fenster. So. So, da haben sie mal alle getötet. Falscharten. Ja. So. Wollen wir doch Falscharten brauchen. Ich liebe das Spiel einfach. Das macht super, aber mehr viel Spaß. Also faire. Und so einen Scheiß. So. Auch hier sowas mal drauf schießen können. So, ich glaube, das war es mit den Gegnern. So, da kommt einer angeradet. Alter, das ist ja laut. Platz mir bei die Ohren hier. So. Fakt. So. Scheiße. Beim Nachladen. Noch einer. Alter, ich gehe jetzt hier rein. Ist mir scheißegal. So, wir müssen jetzt hier aufpassen. Wir sind ja in der Raketenstation. So. Ich versteck dich hier hin! Scheiße! Ja, ist schwer hier! So, dann haben wir ja Lust! Ich schmeiße die Granate hier hin! Das waren ja mal gezielte Schüsse! So, jetzt pürschen wir ganz langsam mal hier voran! Wollen wir mal gucken! Dann nicht mal noch so welche Gegner uns lauern! So, ich höre mal die Tomy-Russ! So, dann müssen wir hier noch nämlich ne Sprengfallen hinmachen! Die ganze Station auf die Schnauz zu heben! So, jetzt hole ich mal das Pöln-Field raus! Die können wir dann noch Gegner lauern! Deswegen müssen wir ganz vorsichtig sein hier! So! 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 Da hinten schießt einer! So! 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 Und da hinten schießt einer! So! 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 Sucht weiter. So. Haben wir das auch erledigt. So, dann mach ich noch die Mission und dann brech ab. Das ist das Play. So, Springpfeil dran. So, jetzt gehen wir weiter runter. Das müssen wir in der Richtung. Gut. Wenn wir fallen, wenn wir fallen, macht doch mal ein Gefallen. So, da ist auch noch was. So, Ziel erreicht. Das muss man da hinten hin. Nee, ne? Alter! So, kommen wir uns nochmal da rüber. Ja, ist sicher, weil ich zwei Leute mal die erwischt hab, ist es jetzt sicher hier oder was. Nee, 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 nee. So. Kann er hier? Ich verarsche jetzt sowas. So, nehmen wir mal wieder das Sniper aus. Das ist nicht so lange da aus hier. Das ist auch keiner hier, sehe ich gerade. Eine schöne V2-Rakete. Er macht auch ordentlich Bums. So, jetzt gehen wir jetzt hier hoch und warten. Das Blitz sieht aus, ne? So. Jetzt kommen wir da so. Wissenschaftler waren unerfindbar, aber ich suchte weiter in der Hoffnung, einen Anhaltspunkt zu finden. Das ist ein Trump 좀. Herr Müller. Herr Müller. Herr Müller. Herr Müller, Herr Müller, bitte kommen. Der Schamstütze! Er ist es! So, da muss ich mal kurz eine Träne-Zigarette. Kann ja wohl in den Wart sein. So. Ach, Mann, ey. Ja, sorry, Leute. Oh, Entschuldigung. So, weil ich so eine verkackte Dreckssorg bin, muss ich erstmal eine Träne-Zigarette drehen. Sonst wird es mir noch langweilig hier. Schön drehen, schön Zigarettchen rauchen, das mag ich am liebsten. Mal gucken, ich meine, dass Blazer hier so viele Zigaretten rauchen kann. Das ist so. Und dann mal weiter. So, zack, tot. So, zack, tot. So, das passiert. So, das passiert. So. 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 Ich glaube das war es erstmal, jetzt gehen wir langsamer voran. Und das auch noch ohne Ziel. Soh. 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 Soh, wir haben es geschafft. Soh. 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 Scheiße, kein Sichtfeld. Das ist einer. Ne, treff ich noch nicht. So, nochmal schnell nachladen. So, jetzt haben wir ihn erwischt. Da oben kommt noch einer. Der Felp Obel. Der Obel. So, halt sie auf. Ja, ich halt sie auf. So, den haben wir auch jetzt erwischt. So, stehen wir mal auf. Rennen los. So, immer weiter, 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 weiter. Wir sind jetzt hier fertig. Und spannende Musik zum Schluss und zum Ende. Und wir gehen jetzt weg. Ja, wir haben es geschafft. So, 19 Minuten haben wir gebraucht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht.